Ein Außenposten der Ordos wurde umzingelt, aber die Atreide sind stark geworden. Natürlich spionieren die Främen uns nach, Baron. Davon gehen unsere Spione aus. Sie spionieren uns nach, sie greifen uns an und sie stehlen Spice und... ...greife in der Dämmerung den Berg an. Lieg der Främenstützpunkt zwischen dem Berg und Sieg-Tabre zerstöre ihn. Wenn sich eins der anderen Häuser einmischen will, vernichte sie ebenfalls. Und in der vierten Mission von Harkonnen gegen Atreides. Die Ordos halten sich zur Zeit ziemlich stark zurück. Finde ich gut. Was die uns zur Zeit noch nicht so stressen. Und es sind Främen, die es in dieser Welt hier, in dieser Map rumgeistern. Und es sind natürlich ebenfalls unsere Feinde, weil wir als Harkonnen akzeptieren auch keine autonomen Völker hier. Ja. 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 Okay, hier unten kann nur Infanterie durch, das heißt die Tanks alle nach oben. Und weil die Infanterie unten durchkommt, stellen wir hauptsächlich nur Anti-Infanterie-Infanterie dahin. Ja, jetzt haben wir es hier schon. Das sind recht viele. Leute, die jetzt hier unten schon das Schlupfloch nutzen. Ja. 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 Wege so. Hm, jetzt kommen mir schon Tanks an. Okay, alle Tanks auf den. So, so, so. Hä, hier? Wie frech. So, die ziehen wir hoch. Wir haben hier jetzt wieder ein paar Plattformen zum Bau fertig. Wie setze ich jetzt alle hier hin? Construction complete. Construction complete. Construction complete. Upgrading. Worms upgrading. Unit ready. Unit ready. New construction. Unit ready. Unit ready. Wenn ich hier raufbaue, ohne die Platten, dann, wie soll ich sagen, dann hat dieses Gebäude nur noch die Hälfte der Lebensenergie, die es haben soll, und dann müssen wir es reparieren. Okay, wir verlieren jetzt hier gerade unsere Fahrzeuge. Nicht gut. Okay. 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 Wir können immer noch nicht den Abwehrturm bauen, das ärgert mich ein bisschen. Ja. Construction complete. Building. Yes, sir. Construction complete. Order received. Units lost. Under attack. Waiting. As you wish. Harvester under attack. Ready. Building. Construction complete. Building. Construction complete. So, ich ziehe die Mauer halt so und hier rüber. Construction complete. Dann lasse ich hier auch auf. Können wir uns ein bisschen mehr schützen. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Building. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So, die ziehen wir vor. Können wir den Tank angreifen. So, die ziehen wir vor. Äh, ist jetzt gerade die Musik ausgegangen. Noch mal dronigerdorf? Utwärko. Ja. Blunden auf Accountant. Nur festes. Fl鈴 zu pärken. chrome. basal. sloppy fin度. Die ziehen hoch. Das Schöne ist, die können da stehen. Und wenn sie hier stehen, können sie halt weder vom Wurm noch von irgendwelchen anderen Einheiten überrollt werden. Das ist der Vorteil. Lass mal meinen Harvester in Ruhe, du. Das Schöne ist, das Schöne ist. So, jetzt wird es Zeit, dass ich die Atreides attackiere. Das geht so nicht mehr weiter. So, jetzt hat er ihn. Wunderbar. Ähm, ja. Das Ding hätte ich eigentlich gern. Kostet 800, ist die Reparatur weg, schau. Setze ich hier hin. Das Heavy Factory Upgrade wird man natürlich erstmal. Mit zwei Sammlern ist das deutlich schneller alles. Aber wir müssen uns jetzt bemühen. Wir müssen rauskriegen, wo der Gegner ist. Dafür schicke ich jetzt den Kleinkerl einmal dahin. Zur Seite. Wir müssen rauskriegen, wo der Gegner ist. Und wir können das mobile Baufahrzeug jetzt bauen und damit andere Inseln besiedeln, andere Bereiche. Das ist hier sogar ein Hintereingang für die Base. Mal gucken. Sieht nämlich so aus, als würde hier gegrast werden. Die Främen, die haben ihre, ihre, ihre Schockwaffen. Das sind Waffen, die die haben, die so eine Schockwelle abgeben. Boah, hier werden Leute abgesetzt, alles klar. Ja. 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 di Gut, dass wir die Truppen gebaut haben. Das können wir aber auch. Wir gehen erst mal da rüber. Warum fahren die so? Na egal. Okay, die Truppe kommt. Die sind jetzt da. Die haben uns beide Harvest abgeknallt, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Ja, und wenn die abgeknallt werden, kann das etwas sein, dass ich dann keinen neuen krieg? Oh, krass. Oh, krass. Missed. Berhunt wir müssen. So Desальноes mal dort, resurreißen und zu. So du möchtest, wie du stagenst, Eheовалst. Ja, Herr Präsident. Das ist richtig. Sprecher Fl Technical Game. Ja, Herr Präsident. Dasaffeiert. Los reiz insbesondere. Es gibt drei Bauche,ouseste. Ne, nochmal so einen Angriff akzeptiere ich nicht. Schluck den, schluck den, schluck den. Weiß es, die Raketen ziemlich stark helfen gegen den Wurm. Oh Gott, ich darf jetzt wieder so viel neu bauen. Mmh. Building. Construction complete. Building. 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 Yes, sir. Wormsign. Order received. Ach, komm schon, ey. Warum hängt der Wurm hier bei mir ab, ey? Das ist mega nervig. Vor allem, weil ich einfach noch keine Flieger habe, die die Sammler so oder so abholen. Wir brauchen halt mehr Geld. Ja, das ist gut. Order received. So, wir fahren jetzt die Gegend ab. Oh, hier oben könnte man ruhig eine Base bauen. Oh. Oh, wie frech. Der Wurm wurde besiegt hier, habt ihr gesehen? Das geht schon, also er ist jetzt eine längere Zeit, ist er jetzt inaktiv sozusagen. Also wenn ich hier eine Base bau, kann ich wahnsinnig viel Spice holen. Hm. 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 Okay, 2.000 kostet das mobile MWF. Ist das die Base? Oder ist das eine Base von mehreren? Ah, ich gebe bestimmt 2. Ja, Sir. Units verloren. Ach, nee. Silos brauchen. Units verloren. Das gibt's doch nicht, dass der da einfach so reinfährt, ey. Man. Sauerei. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und... ...dann kriege ich das schon auf die Reihe. Bis bald. Tschüss. Dr nichts. Das über wir ez statistic jetzt entwickelt. Unsere Sachen auf die Reihe. Ja, bitte! Untertitelung des ZDF, 2020